Tragen Sie Ihr Handy eigentlich auch gerne in der Hosentasche, dann gehören Sie laut internationalen Studien schon zu einer Risikogruppe, für die Handystrahlung gesundheitsschädlich werden kann. Vierkärntner Jugendliche sagen dieser Handystrahlung, die auch einen negativen Einfluss auf das männliche Sperma nehmen kann, tun den Kampf an und zwar mit einer strahlensicheren Männerunterhose. Früher trug jeder junge Mann ein Taschenmesser im Hosensack, heute ist es das Handy. Die Angst, dass mit den Handystrahlen auch die Manneskraft in die Hose geht, ist laut internationaler Studien durchaus berechtigt. Aber wie soll sich Mann nun schützen? Ein Zufall kam zur Hilfe. Es war ganz ein normaler Schultag und auf einmal wurde die Strahlung gemessen von den Computern und von den Laptops. Dann habe ich mir gedacht, auch Handystrahlung ist schädlich. Dann habe ich mir überlegt, was kann man dagegen tun? Und dann ist mir die Idee gekommen, Unterhausen zu erfinden, die Handystrahlung abschirmen. Und das war dann unsere Idee. Doch von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es fast ein ganzes Jahr. Wir sind mitten im Projekt draufgekommen, dass es die Handystrahlung abweißen Unterhose schon gibt in Deutschland. Und wir wollten das Projekt noch hinwerfen, haben das Ruder doch noch herumgerissen, denn in Österreich gibt es das noch mehr zu kaufen. Und dann haben wir noch eine Zertifikate eingeholt, dass ich wirklich auch Handystrahlung abweise. Und so haben wir noch das Projekt weitergeführt. Wie funktioniert jetzt aber diese Strahlenschutzunterhose? Das ist eine spezielle Unterhose da. Die Unterhose, da sind Silberfälen. Und die Silberfälen, die schirmen die Handystrahlung ab. Und das angeblich bis zu 99 Prozent. Die Wirkung wurde von zwei Textilfirmen an der Universität Aachen getestet. Unterstützt und beraten wurden die Jugendlichen vom Verein JEWI, was so viel heißt wie jung, engagiert, wirtschaftlich interessiert. Unser Anliegen ist, dass Jugendliche so viel wie möglich Erfahrungen machen können, muss sie selber Verantwortung übernehmen, muss sie selber was tun können. Und das war der Grundgedanke von JEWI, dass Jugendliche selber aktiv sein können. Wir sehen uns als Brückenbauer. Brückenbauer zwischen der Wirtschaft und der Jugend. Und wir wollen, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten entwickeln und zum Wohl der Regierung einsetzen. Mittlerweile geht die Hose bereits in Produktion. Der Stoff dafür kommt aus Deutschland. Wir werden diese Unterhosen in Zukunft auf Messen in Österreich und in Deutschland vermarkten. Und erhoffen uns dadurch einen großen Zuspruch. Und es ist ja auch ein Kärntner Produkt und das bringen wir dann sozusagen europaweit auf den Markt. Und damit sich die Hose von anderen abhebt, wurde ihr auch noch ein Kärntendesign.